Hi, ich bin Patrick von Fundo Inno, das ist der Fundo Inno Cube und mit ihm kannst du von einem Tag programmieren lernen. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Im letzten Video haben wir uns das OLED-Display des Fundo Inno Cubes angeschaut. Und diesmal gehen wir in die 13. Lektion und beschäftigen uns mit dem DHT11 Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor des Fundo Inno Cubes. In vorhörigen Lektionen haben wir gelernt, dass Sensoren einzigartige Funktionen einnehmen können. Mit einem Ultraschallsensor können wir zum Beispiel den Abstand eines Objektes messen, mit einem Infrarotsensor ein eingehendes Infrarotsignal erkennen und in dieser Lektion wenden wir uns direkt einer weiteren elementaren Funktion zu, eine Temperatur messen und auswerten. Die Aufgabe ist recht simpel. Bei einer Raumtemperatur von weniger als 25 Grad soll die grüne LED leuchten, bei mehr als 25 Grad soll die rote LED leuchten. Schauen wir uns erst einmal gemeinsam an, wie ein solcher Sensor überhaupt funktioniert. Wir konzentrieren uns mal auf den Part der Temperaturmessung. Wie auch schon beim Potentiometer oder dem Fotowiderstand funktioniert das Ganze über einen variablen Widerstand. Einen sogenannten NTC-Thermistor. NTC bedeutet Negative Temperature Coefficient. Das ist ein Widerstand, dessen Wert sinkt, sobald die Temperatur steigt. Dementsprechend wird ein Widerstandswert ausgegeben, die der Mikrocontroller dann in eine Temperatur umwandeln kann. Also merke, je geringer der ausgegebene Widerstandswert, desto höher ist die Temperatur. Also, da der Sensor auch Luftfeuchtigkeit messen kann, heißt er hier Luftfeuchtigkeitssensor DHT11. Benenne ich ihn deshalb am besten mit Temperatursensor. Dann gebe ich noch den korrekten Pin an. Dieser ist in diesem Fall A3. Und dann ist der Baustein auch schon fertig. Dann bindet noch eben die beiden LEDs mit ein. Einmal die grüne und die rote LED. Sehr schön. Und dann können wir weiter in den Programmablauf. In der finalen Lektion verbinden wir nun die unterschiedlichen Blöcke, welche wir bisher kennengelernt haben. Wir benötigen eine Variable, einen Logikbaustein, Operatoren wie auch Kontrollstrukturen wie eine Wenn-Mache-Sonst-Bedingung. Gehen wir rein. Wir starten mit der Variable. Klicke auf das Plus und benennen deine Variable mit Temperatur. Denn diese möchten wir ja messen. Der Startwert wird in das blaue Feld eingetragen. Dieser liegt bei 0. Und soll natürlich als Zahl ausgegeben werden. Also bleibt hier alles wie es ist. Das war es mit der Konfiguration der Variable. Gehe dann auf das Untermenü Variablen und wähle dort den Block Schreibe Temperatur und ziehe diesen in deinen Programmablauf. Gehe dann auf das Untermenü Sensoren über die erweiterten Menüeinstellungen hier und wähle dort den Baustein für den DHT11. Ziehe diesen hinter dem Block Schreibe Temperatur. Damit legen wir den ausgegebenen Wert des DHT11-Sensors als Variable für die Temperatur fest. Dazu muss hier noch die Temperatur statt der Luftfeuchtigkeit ausgewählt werden. Erinnern wir uns nochmal kurz an die Aufgabe. Wenn die Temperatur weniger als 25 Grad beträgt, soll die grüne LED auf unserem FUNDI-UNO Cube leuchten. Ansonsten soll die rote LED auf unserem FUNDI-UNO Cube leuchten. Das kennen wir vom Ablauf her schon ganz gut. Wir benötigen eine Bedingung, mit der wir unsere Aufgabe erfüllen können. Das schaffen wir mit einer Wenn-Mache-Sonst-Bedingung. Diese finden wir im Untermenü Kontrolle. Dann müssen wir unsere Bedingungen mit Blöcken füllen. Zuerst benötigen wir einen Baustein, mit dem wir feststellen können, dass der Variable-Wert höher oder niedriger ist als 25. Das machen wir mit einem Logik-Baustein. Und zwar mit diesem hier. Schiebe diesen hinter das Wenn. Damit kannst du nun durch den Operatoren hier in der Mitte definieren, dass deine LEDs leuchten, sobald der gewünschte Temperaturwert unterschritten wird. Dafür nehmen die Operatoren kleiner als. In das erste Feld kommt nun die Variable. Also in das entsprechende Untermenü und dann den Block reinziehen. Um den Logik-Baustein zu beenden, benötigen wir noch einen Mathematik-Baustein. Ziehe diesen hier in das zweite freie Feld. Schreibe in das Feld nun den Wert 25. Hier steht nun übersetzt, wenn die Temperatur, welche der Sensor auf dem Cube misst, geringer als 25 Grad ist, dann... Dann soll die grüne LED leuchten. Ansonsten soll die rote LED leuchten. Hinter das Mache kommt also ein Block, um die grüne LED anzuschalten und hinter das Sonst ein Block, um die rote LED anzuschalten. Jetzt erinnerst du dich eventuell an frühere Lektionen. Die LEDs müssen doch jeweils ausgeschaltet werden, damit die beiden LEDs nicht dauerhaft leuchten. Ja, das sieht doch viel besser aus. Lade das Programm nun hoch. Um eine schnelle Temperaturänderung zu realisieren, lege mal deine Hand für ein paar Sekunden auf den Sensor. Dann solltest du sehen, dass die grüne LED ausgeht und die rote LED geht an. Nimmst du die Hand wieder weg, dann siehst du, dass die grüne LED wieder angeht und die rote geht aus, wenn die Temperatur am Sensor wieder sinkt. Als Extraaufgabe, lasse dir den Wert der Temperatur mal in dem seriellen Monitor des Open Roberta Connectors ausgeben. Damit kannst du etwas genauer auslesen, wie warm oder kalt es gerade in deinem Raum ist. Viel Spaß mit der Aufgabe und viel Erfolg noch beim weiteren Ausprobieren und Programmieren mit dem Cube. Das war es dann mit den Lektionen in Open Roberta. Im nächsten Video gehen wir wieder an den Anfang, aber dieses Mal mit dem textbasierten Programmieren in der Sprache C++ und in der Software Arduino IDE. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch diesen Kanal und drücke die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Wir freuen uns auch immer über Fragen, Kommentare und konstruktive Kritik, damit wir unseren Channel stetig verbessern können. Bis dahin, auf Wiedersehen.